hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge rovelox heute alleine aber wieder german rove game ich schmeiße erst mal musik an natürlich wie auf die scott holen auch sonst auch Und, oh ja. Momentum, low skating ist auch nötig, wenn ich draußen. Und, ja. Ich bin jetzt gerade auf meinem Privatverlust. Ja. Ja. Musik Ja, toll. Das heißt, wir leben, dass man die Ender auf sein Leben und ich glaube, wir werden jetzt erstmal reden. Ich würde dafür gerne nicht erbieten. Dafür kommen wir aber weiter nach Magdeburg, äh Bruckhoff und dann vielleicht das Blumenberg. Oh, hier kann ich das Abend wieder rein? Genau. Musik Ja, zwei Bezahne, Magdeburg Südost. Äh, ja. Magdeburg Südost werde ich erst mal empfehlen. Ich versuche hier das Video, wird noch ohne Info rein, da die Abkommen oder, ja. Da das kurze Fragebideo mit dem Info vom letzten Mal. Äh, da da nur ein Kommentar ist. Ja, wenn noch kein Like ist, naja. Wie gesagt, lasst den letzten Kommentar, den Like da, damit ich weiß, welches Intro ich nehme hier unten. Aus diesem Grunde ist dieses Video noch ohne Info. Ja, ich wunderte, ich werde den Wagen jetzt erstmal in die Abstellung bringen, mit dem Handy, solange wird unser Zug noch stehen bleiben. Also unser hauptsächlicher Regionalzug. Musik Auch wenn das zwar jetzt ein bisschen unrealistisch ist, erstmal abguckeln, dann dies vor mir drehen und dann fahre ich ins Video zurück. Musik Wie erzuderte, ist schnell fast angegangen. Musik 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 Ja, ich werde weiter mit den Taurus fahren. Oh, die ist zwar jetzt eine falsche Richtung, eigentlich wollte ich nicht langsam ran, aber egal. Ja, jetzt geht's Richtung Hauptbahnhof. Äh, Quatsch, Richtung Bukau. Oh, tut mir leid. Musik 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 So, meine Damen und Herren, noch mal die Frage an euch, Wolf, wenn ihr euch hier eintritt und das Video hat gewonnen und hat nicht gewonnen. Vielen Dank. Zombie Apocalypse Jetzt sind zwei verschiedene Zombie-Tabels da. So, meine Damen und Herren, noch mal die Frage an euch, Wolf, wenn ihr euch hier eintritt, mal die Frage an euch. An alle Zuschauer, ich bitte euch in dem letzten Video einen Like dazu lassen, einen in der Kommentare oder, ja, oder, selber, also es gibt, ich ja, die von Click 1 und 2 habe ich gerade. Triggerwarnung, wer Probleme mit den Themen Mara-Sucht und Tod hat, der sollte die auf jeden Fall, ja. So, jetzt ist er da geworden. Na, der wird nicht wundern, eigentlich wenn ich hätten, aber aktueller Rand ist noch Mod. Auf jeden Fall, jetzt habe ich auch Admin-Rechte, ich bin lieber für Video auf meinen Gewerzer bequem. Ja. Oh. Nies. So. Es geht ja mit dem Fall, wir waren jetzt voraus, man denkt, dass es ein Diebelkrieg sind, jetzt aber nope. Ich will ja mal noch, wenn mir den richtigenれた oder. Um, was ich schon lange, also immer? Mein Schaalbe, ich bin lieber woanders. Und ich muss, woanders, was es auch immer noch, ist jetzt noch mal, schön, irg. Oh, mein Schaalbe, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Woanders sich schon einmal das. Also ich bin da, dass immer noch nicht, wenn ich ja, wie immer noch was, wir waren, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin da. Und ich bin da, ich bin da. Ich bin da, ich bin da. Hier bin ich aber, wenn ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin da. Da, ich bin da keine, ich bin da цветetraus- Dööö, lol! Wir erreichen jetzt Dodendorf. Aufstieg in Fahrtrichtung links. Ich brauche mich einfach nicht bewegen. Berat岡 unpackth compose ein Jahr, Res 그래서 dem Tag. Lange es in der Nähe, garder und dumpling! Ist die Welt, da sich ein echtes Reaktion, Nächster ist Osterbendln, da werde ich auch diese Folge enden, da wird das Video oder hier in Osterbendln, da ist Osterbendln, da ist Langenweddingen, da ist Blumenberg, da hinten ist der Endpunkt bisher hier auf der Eigentätungsstrecke und da ist nochmal ein Bahnhof. Auf jeden Fall liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen, macht gut, bis zum nächsten Mal und tschüss. Aber vorher unter dem letzten Video bitte noch einen Kommentar liken, bisher gibt es nur zwei Vorschläge für eins oder zwei. Also für Intro 1 und für Intro 2. Ich bitte euch alle abzustimmen oder den Kommentar zu liken. Auf jeden Fall jetzt erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Raphael. Videos 3 Video 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 .